So, damit begrüße ich euch zurück zu einer Runde Suvarium und zwar auf der Map Willkommen in Deutschland, in Kölle Alarv Man sieht es auch schon, wenn ich glaube ich da hinten hin Irgendwo ist der... Da ist er Da kann ich das mal verleihen, du Jetzt komme ich dieses Mal von anderen Seite an, hier sind noch ein paar ICEs Und zwar ist das so ne Art Ah, das ist die Brücke So ein bisschen rum guckt hier So, und ich habe mich schon ein bisschen freigekämpft Ich habe jetzt mittlerweile ein Visier Aufm Scharschützengewehr drauf Was aber auch immer noch nicht das Beste ist Ich kann auf jeden Fall präzisieren Es ist eine Antifaktsuche Da wollen wir mal schauen, was wir so finden Und ich gerne mit der Waffe noch ein paar Kills machen möchte Damit ich halt Griffe und so ganz ein Mist bekomme Warum was ich herausgefunden habe, dass wir auf jeden Fall muni... Jetzt habe ich glaube ich schon mal im Video gezeigt Ich weiß irgendwie, ob ich das euch gezeigt habe Dass man Munition nachfüllen kann Oh mein Gott, wo war er denn? Oh wahnsinnig Sau Hab ich auch schon überlegt Weil ich ne Schrotflinte gefunden habe Im Searchmenü Hat jetzt vorher mit der Toms noch mal runter gemacht Denn auch nicht, der Bot Paul ist schon wieder da Der hat ein Feuer auch schon gehabt Denn man muss aufpassen, dass man die Matchkosten deckt Was sehr relevant ist hier Weil sonst kannst du kein Match mehr beidrehen Das heißt, du musst Items verkaufen Um wieder dem Spiel beidrehen zu können Und das war vorher ein bisschen mies Da habe ich gedacht, hä? Nur zu kosten, also Waffen, nur zu kosten Ich hatte ja Stufe 3 Und da kam halt nichts Oh mein Gott, die hatten sie abgeliefert Und ich wollte die gerade noch töten, die beiden Affen da oben Das Visier ist ein bisschen komisch Wir probieren noch ne Runde Damit Mal gucken Weife beim Mord Das war ein bisschen legit Kommen wir da hoch Leider nicht Na genau, das ist das Problem Wenn ihr den zweiten Bildschirm habt Und ihr habt auf dem anderen Bildschirm TS Oder eine andere Funktion offen Wie ich jetzt OBS zum Beispiel auch noch Kann das passieren, dass ich Wieder rüber switcht Das ist echt ein bisschen nervig manchmal Oh mein Gott Habe ich wenigstens getötet? Ja Wie kann man respawnen? Wie kann man das Artefakt diesmal? Ich glaube nicht, dass wir diesmal wieder kriegen Ist auf jeden Fall noch bei dem linken Zug Schau mal Oh mein Gott Oh, da war das erste FC Köln Zeichen Hab da gesehen Da eben in der Kilkamp Das ist hier vorne an dem Bunker Basin Ah, kriegen sie auf jeden Fall Schau mal nicht mehr Und Flamer sind auch immer dabei Also Wie gesagt, das ist für mich nur ein Spiel Ist nun ein Spiel Dieser Beta Oh, wir haben einen Bot Okay Bot-Bowl Keine Ahnung Ob es ein Name ist Oder Wirklich ein Bot ist Der spielt Ich weiß es nicht Kann ich nicht sagen Als ob Ein bisschen damit spielen Ich muss da auf jeden Fall Das Visier erstmal wieder runter wandern Das ist ein bisschen nervig Oder vielleicht eine zweite Version davon holen Wenn es mich ein bisschen arg stört Das ist irgendwie ein Kampfanzug an wie ich Und das gleiche Level Oh, ganz nah bei den Gegnern oder was Ich glaube, er hat sich auf der Ping gerettet Oh, tötet ihn bitte noch Tötet Partner kill Schrotflink ist eigentlich schon ganz sehr, wenn man rankommt Oh, schon wieder so ein Homepick Das Gewitter soll ich wegziehen Ein bisschen nervig gerade Oh Nice Mindestens ein Artefakt Dann ist nämlich meine letzte Runde erstmal für heute Oder für euch Ist es ja wieder in der letzten Runde Ich spiele, wie gesagt, immer Für zwischendurch Da weiter Und mittlerweile muss ich diese Spritzen nutzen Damit ich da durchkomme Ganz gut Oh, mein Gott Oh, mein Gott Oh, mein Gott Oh, mein Gott Ja, ich hoffe, er hat mich Fakt ist erschienen Bestimmt wieder nicht bei uns in der Nähe Bestimmt wieder nicht bei uns in der Nähe Hey, come on Ich glaube, jetzt nämlich die Toms Oh, diese PPM oder so Oh, wir haben es geschafft Komm, dann scharfschützen wir Wir haben ein bisschen Covern eigentlich Ich werde euch was zeigen, aber Man schmeißt das halt so 3% Laufgeschwindigkeit Cheers 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 Okay. Keine Ahnung von wem und von was. Ich hab's auf jeden Fall nicht gesehen. Oder verpackt. Da ist es wo ich in meinem Auge gerade war. Der Bot zart. Oh mein Gott. Als ob den niemand gekehlt hätte. Ich hab ihn gekehlt. Ich hab ihn gekehlt. Ich hab ihn gekehlt. Oh mein Gott. Auch schon blau. Was? Ich hab gar nicht verstanden. Recovered. Recovered. Der liegt immer noch da oder? Der ist ja noch. Gucken wie lange. Einfach nur Flak reingeben. Oh. Nehmen wir nochmal ne Runde. Schau gerade vor. Ja. 3 zu 2. Man sieht ja. Man kann's ja ein bisschen ändern. Die Runden. Tönen. Ach. Oh. Come on. Ist klaar. Und ich treff mit dem Ding kaum. Ja da muss ich auf jeden Fall das Visierrunde machen, das störtlich 2 x 2 Ähm, okay, 500, sind los, ah ja, gewittert, 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 macht jeder Probleme Ah, da kam der Dritte Ah, der ist ja ganz zu süder, ich vergete's, ich vergete's Kann ich diesen Mann nochmal treffen? Boah, jetzt ist er auch noch hinter mir So, da 2 x 2, ey Wat ein Affe Wie war das? Oh mein Gott Das ist schon ein bisschen näher an uns. Der eine schiebt immer an den Tee. Nein, die hat es wieder. Nein. So, alle tot sind immer gleichzeitig. Voll komisch. Oh, Niederlage. Ja, 3 gegen 3. Oh, Handschutzmaske. Immerhin. 70 Dinge wieder. Können wir mitleben. Hinten Schnabbo. Ah, das passt schon. Gut. Dann würde ich sagen, was hat euch wieder gefallen? Und würde sagen, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. und die Lüüüü.